Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich den Landwirtschaftsimulator wieder. 22er. Heute werde ich Schnee schieben. Realistisch, deswegen werde ich es erstmal hart ausmachen. Denn es hat geschneit, wie man es sehen kann. Dann werde ich heute Schnee schieben mit dem 8er Serie. Mit dem hier. Und ich werde in der Innenansicht versuchen zu fahren. Ich habe hier auch so einen Mod, damit ich alles sehen kann. Nach vorne zu beugen. Gibt es einen Mod-Upload. Ja, müsste. Dann habe ich manuell Attached. Also manuelles Ankuppeln. Leider noch kein Mod, wo man die Türen öffnen kann. Aber es würde dann bei dem Saison nicht gehen, weil der kein Mod ist. Sondern dem Spiel entscheiden. Also den Hof werde ich jetzt mit dem Schiebeschild schieben. Und nachher die Feldwege werde ich mit der Fräse machen. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Passiert nichts. Hallo. Na, jetzt noch. Jetzt über den Reifen steigen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, dass es ausgewählt geht. Will ich hier mal kurz freischieben. Dass ich hier... ...dass ich hier... ...rein... ...neckel. Jetzt dann. Den Düngelströler machen wir mal rein. ...dass er nicht im... ...Schnee steht. Jetzt werde ich mit der Siebener Serie... ...hier die Big Packs einladen. Jetzt noch kurz das Gewicht ankuppeln. Hier steht noch ne neuner Serie, die ist im Mod, die müsste im Mod, die ist im Mod Hub, also müsste eigentlich, da habe ich sie nachher, eigentlich fast alle Mods, aber mit der werde ich was anderes wahrscheinlich noch machen, auf der Map, also auf der Map werde ich wahrscheinlich alles realistisch machen, also es versuchen, so realistisch zu machen, wie ich es kann. So, wie ich es kann. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020